Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir über WTCentral.com sprechen. Wir werden die Hauptseite sehen und alle die neuen Funktionalitäten von WTC, auch ein paar technische Analyse mit geleiteten Durchschnitten und Polygebänden. Dann bitte geben uns ein Like, einen Subscribe und auch schreiben Sie in die Kommentare unten alle die Fragen, die Sie haben und ich werde diese so bald wie möglich antworten. Auch alle die Links und die Resources benutzen diese Videos werden im Description unten sein. Dann bitte diese auch benutzen und ja, sehen wir im WTC Hauptseite. Also wir sind jetzt auf der offiziellen Website von WTCentral.com und wir werden in diesem Video ein paar Trading Tools, die im WTCentral Plattform sind. Also WTCentral ist eigentlich eine Markt oder Plattform, Investitionsplattform für ETFs, CFDs und Forex und Kryptowährungen. Also es gibt hier Währungen, Rohstufe, Indexes und Action und es gibt hier eine kleine FAQ-Section für die neue E-Commerce. Und nach dem Login, sie werden hier in diese Plattform weitergeleitet und hier kannst du eigentlich alles finden. Also beginnen wir hier links. Also es gibt hier alles, alle die Kryptowährungen, Forex, CFDs, Kryptowährungen und es gibt hier auch ein Filter, wo du benutzen benutzen kannst und auch ein Search Widget, wo du einfach hier den Namen von der Cryptocurrency oder von dem Forex schreiben und du kannst hier alles finden. Für eine beliebige Cryptocurrency kannst du hier auch an die Sterne klicken und das macht dein Favorite und du kannst hier die Favorites alles sehen. Also du kannst auch hier den Site auf Deutsch sehen und alles wird auf Deutsch aufgeschrieben auch. Und wir interessieren uns in diesem Video über die kleine Durchschnitte und ein paar andere Tools. Also für die kleine Durchschnitte, es ist eigentlich die Moving Average auf Englisch und es gibt hier ein paar Parameter, die du einstellen musst. Also eigentlich Period, Shift, MA Method, Source, Style auch in den Color. Du kannst auch das gerne ändern. Du kannst auch das gerne ändern. Und wenn du klickst auf OK, dann Line-Typ und dann Line-Wid und dann erstellen. Dann kannst du hier auf dieser Seite eigentlich alles sehen und die gleitenden Durchschnitte stellen sie sich durch ein Achsendiagramm mit drauf eingeseicherten Tageskursen vor. Der gleitende Durchschnitt wäre eine Linie, die durch die Preisdaten verläuft und bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt SMA würde diese Linie Preisbefachungen glätten, um einen klaren Trend anzuzeigen. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA wäre ähnlich reagiert, jedoch schneller auf aktuelle Preisänderungen, sodass die Linie möglicherweise näher an den aktuellen Preisen liegt. Und dann können wir auch die Böllinger Bände anschauen. Und die sind eigentlich andere Tools. Die sind einfach necessary oder eigentlich sehr, sehr wichtig. Und du kannst hier diese Böllinger Bände anschauen. Also beginnen sie erneut mit einem Achsendiagramm. Die mittlere Linie der Böllinger Bände ist ein gleitender Durchschnitt und die können einfach das erstellen. Und du kannst hier die Böllinger Bände auf diesem Diagramm jetzt sehen. Also es gibt zwei, also diese mittlere Linie. Es ist eine, eigentlich eine Moving Average, also ein gleitender Durchschnitt, wie den letzten Tool. Und die, es gibt zwei andere Linien, eine oberhalb und eine unterhalb der mittleren Linie. Und diese werden normalerweise auf zwei Standardabweichungen von mittlerer gleitender Durchschnitt festgelegt und der Bereich zwischen dem oberen und dem anderen oder unteren Band stellt den normalen Bereich der Preisbewegung dar und schmale Bände weisen auf eine geringe Volatilität hin, während breite Bände auf eine hohe Volatilität hinweisen. Es gibt eigentlich andere Möglichkeiten. Zum Beispiel für den Volumen. Es gibt hier die Accumulation oder Description. Und hier im William, es gibt hier die Alligator und Fractors. Wir werden hier einfach die Parabolic SE anschauen und es ist in Tendenz. Also hier, es gibt einfach zwei Parameter. Es ist ein Step und es ist ganz easy und den Maximum. Dann es gibt hier dann Farbe. Wir können das auf Rot oder auf Gelb setzen. Und dann den Width. Wir können das auf 6 Pixels erstellen und dann erstellen. Dann kannst du hier die neue sehen und falls du also eigentlich ein neues Diagramm brauchst, dann kannst du hier alles schließen und noch einmal beginnen von hier. Also einfach wählen und dann kannst du hier das sehen und dann können wir das anschauen. Also hier, es gibt ein Plus, wo du einfach alles addieren kannst und von hier ist es ein bisschen einfacher als rechts, als links. Und es gibt hier zum Beispiel WettUSD. Dann, wenn du das klickst, dann es gibt hier ein neues Chart, die du hier sehen kannst. Und dann kannst du hier die neue Indicators benutzen von Oscillators. Aber es gibt hier viele Oscillators, Volatilität auch, Voli-Gebände. Wir haben schon darüber gesprochen. Die Volumes, Accumulation, Distribution, Moneyflow, Index und viele andere Tools, die du benutzen kannst. Und bevor wir dieses Video fertig machen, ich wollte nur ein paar Artikel anschauen mit dir. Und alle die Links und Ressourcen, die in diesem Video benutzt werden oder sind, werden in der Description da unten rein. Also WettUSD.Zentral startet ein spannendes Bundesprogramm für Benutzer. Und es spricht hier wegen den Advantage von den Benutzer. Also auch hier im FIWO.fr. Also es spricht hier über WettUSD.Zentral als ein Finanzunternehmen. Und es gibt hier die Perspektiven zur Benutzererfahrung, die verbesserten Finanzstrategien und die kontrollierliche Innovation im Finanzdienstleistungsbereich. Und ein paar Sätze über WettUSD.Zentral. Auch hier im CryptoFunder. Er spricht hier über die Crypto-Optionen für Erweiterung seiner globalen Reichweite. Und auch die ausführliche Überprüfung von WettUSD.Zentral. Und auch die verbesserte Zugänglichkeit und Komfort und Verpflichtung zur Sicherheit und Zuverlässigkeit. Also alle die Links sind in der Description da unten. Bitte diese schauen und auch mehr Informationen über WettUSD.Zentral finden. So Leute, das war es mit dem heutigen Video. Ich habe es, hat euch gefallen. Heute haben wir über WettUSD.Zentral.com gesprochen und wir haben die Hauptseite gesehen und ein paar Funktionalitäten von WettUSD gesehen auch. Auch in der Plattform. Wir haben die gleitenden Durchschnitte, Polyker Bänder und andere Indicators gesehen. Dann bitte geben Sie uns ein Like, Subscribe und auch schreiben Sie im Promete-Bereich unten alle die Fragen, die Sie haben und ich werde diese sobald wie möglich antworten. Auch alle die Links und Resources, die in diesem Video benutzt sind, werden im Description da unten sein. Dann schönen Tag noch. Tief Tief Tief